Yo, 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 yo. Hallo, Dumbledore, altes Haus. Na, was machen Frauen und Kinder? Ich hab keine Frau. Kannst du mir sagen, wie spät das ist? Auf mir, danke. Wiedersehen. Wer war das? Sein Charakter hat keine nennenswerte Story. Niemand interessiert sich für ihn, but don't worry, be heavy. Es läuft für ein lebendiges Hintergrundbild, weil der Szene sonst die glaubwürdigkei fehlt. Er geht einmal im Hintergrund vorbei und dann sagt er einen Satz und danach hat er frei. Sein Name ist voll unwichtig, ich weiß nicht wer das ist. Ist ja auch egal, er stört sowieso, er ist nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle Nur ein Statist Unwichtige Nebenrolle Unwichtige Nebenrolle Nur ein Statist Unwichtige Nebenrolle Von seiner Sorte gibt es ne Menge Sie füllen die Straßen, die Räume, die Gänge Ohne ihn sieht die Szene langweilig aus Er geht in ein Haus rein und kommt wieder raus Soll er dir fangen und er soll er nicht pecken Ey what the fuck Ich glaub ich muss brechen Er ist wichtig und unwichtig zugleich Er ist nicht der Mittelpunkt, er ist nur ein Teilchen Im Gesamtgefüge des Films und des Lebens Im Sinn sind dahinter Sucht man vergebens Du glaubst, dass du was besseres bist Jeder Mensch auf der Erde ist nur ein Statist Unwichtige Nebenrolle Nur ein Statist Unwichtige Nebenrolle Unwichtige Nebenrolle Nur ein Statist Unwichtige Nebenrolle Unwichtige Nebenrolle Unwichtige Band